Weil ohne Idealien ist es dann doch noch ein bisschen tricky, wenn man die Strecke, äh ich kenne jetzt hier von Brands Hedge klar, zum Teil kenne ich sie, aber ich kenne sie jetzt nicht komplett und das dann schon ein bisschen tricky, wenn man sie nicht komplett kennt, äh da dann immer die richtigen Bremspunkte zu setzen und zu finden, auch die letzte Kurve war jetzt nicht perfekt. Da hätte man mit viel mehr Speed rausgehen können, aber wurscht, gewonnen ist gewonnen.